haben wir die hier schon alle durch die sind plötzlich so einfach leute das ist der hinweis zu der 8 gewesen leute ok da war das wo geht es noch weiter könnten hier nach links nichts das ist hier glaube ich auch das geheimnis da wo man immer wieder nach oben muss wir können ja mal wieder nach oben gehen das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht vielleicht ist da ja noch irgendetwas naja da ist tatsächlich was ok das ist eine verarsche leute hmm hier war ja auch etwas ach die hat uns den hinweis gegeben dass wir immer nach oben rennen müssen was ist denn sonst noch hier waren wir glaube ich noch nicht oben oder doch ok da waren wir schon mal was ist denn da links dann wir haben leider schon wieder keine bomben wir haben noch einmal kurz noch einmal kurz So, weiter geht's. So. Wir bräuchten mal Bomben oder so. Wir können die halt immer noch nicht mit einem Angriff besiegen, Leute. Ja, Bomben! Versuchen wir es hier mal. Nein. Da rechts gab es irgendwo etwas, wo ich es unbedingt mal versuchen wollte, etwas in die Luft zu jagen. Hier? Und hier? Nein. Aber das war es nicht. Irgendwas anderes gab es noch. Was ist das da? Nein. Keine Ahnung mehr. Au. Ich geh mir mal nach rechts. Wir haben noch eine Bombe. Wir haben noch eine Bombe. Wir haben noch eine Bombe. Nein. Wir haben noch ein paar Bäume. oder? Ja. Ein Händler wäre jetzt gewesen, hätte ich mir wieder Bomben gekauft für hier und und hier. Aber was sonst noch? Wo könnte es weitergehen, Leute? Ach ja, da waren die Bomben. Wo geht es denn da? Äh, die Bäume. Wo geht es denn da hoch? Ich hätte jetzt so gerne Bomben, Leute. Aber irgendwie kriegen wir keine Bomben mehr. So. Bomben! Und hier ist halt irgendwie auch nichts. Schade. Jetzt bin ich bei der hier und die obere bleibt stehen. Und hier ist noch ganz morgens. Okay, wieder nichts. Na egal, wir haben jetzt wieder ein paar Bomben. Dann würde ich jetzt da zurückgehen, wo ich vorhin was in die Luft jagen wollte. Ich glaube, hier wollte ich das einmal machen. Nichts. Okay. Wo wollte ich das noch? Hier nicht. Ich glaube, ich wollte da ganz rechts nach oben. Nein, hier wollte ich nachsehen. Ja, hier sehe ich mal nach. Nichts. Okay. Da oben sehe ich nicht nach. Hier sehe ich auch nicht nach. Denn ich will eigentlich weiter oben noch was nachsehen. Und dafür brauche ich zwei Bomben. Ich habe die hier noch nie getötet. Vielleicht sollte ich die mal töten. Au. Au. Okay, passiert nichts. Schade. Hier. Hier. Eine Bombe da. Ja. Aber erstmal eine Bombe da. Nein. Okay. Gehen wir da rein. Level 9, Leute. Wir haben es gefunden. Okay. Aber Leute, ich werde wahrscheinlich... Oder fangen wir noch an? Ach, fangen wir noch an. Okay. Oh nein. Die Viecher zerstören unser Zauberstil, Leute. Die Viecher zerstören unser Zauberstil, Leute. ein schlüssel wir haben leider keine bomben deswegen können wir uns jetzt nirgends umsehen und nein ok da passiert auch nichts nein nein das sind die feste unser schild wieder auch geschafft ok robina Hier ist nichts. Okay. Versuchen wir wieder alles hier zu bewegen. Vielleicht können wir hier irgendwo einen Geheimgang finden. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Irgendwie scheint hier gar nichts zu sein. Okay. Einfach weiter. Okay. Ich wollte mir jetzt noch... Egal was ich gemacht hätte. Ich war schon tot. Nicht mal den Tank hätte ich mehr trinken können. Aber hey Leute, wir haben das letzte Level gefunden. Da machen wir jetzt noch weiter. Mal sehen wie weit wir kommen. Okay. Gehen wir jetzt mal nach links. Nicht gut. Wurde ich einfach paralysiert. Na ja, egal. Da gehen wir nochmal hin. Wir haben immer noch keine Bomben, Leute. Jetzt habe ich mich selbst geschlagen. Ja, geil. Selbst mit dem magischen Schwerpunkt brauchen wir drei Angriffe, um die zu besiegen. Wie habe ich die zuvor besiegen können? Ich habe keine Ahnung. Moment mal. Ah, Mist. Ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube, wir sind jetzt einfach in meinem Kreis geglaufen jetzt dann, Leute. Das heißt, es gibt hier irgendwo etwas, wo wir Bomben brauchen. Und ich habe es halt einfach noch nicht. Okay, wir sparen uns ein paar Herzen, Leute. Und ich habe es halt einfach in meinem Kreis geglaufen. Ich will den Raum noch fertig machen, Leute. Bevor wir jetzt die Bomben irgendwie verspenden, erst mal... Oder? Ja, nein. Erst will ich da durchschauen. Das ist nämlich so ein schöner Kreis, wenn ich richtig liege. Und den möchte ich jetzt nicht durchbrechen. Ich möchte da erst durchkommen. Ich möchte da durchschauen. Und wenn ich das nicht hier in meinem Kreis sehe. Aber jetzt will ich auch nicht mehr. Und ich mache dir. Und wenn ihr seid da, dann das ist jetzt immer noch ein bisschen... Untertitelung des ZDF, 2020